Herzlich willkommen. Heute ein kurzes Unboxing-Update. Und zwar habe ich von Synrem quasi endlich meine Austausch-Disk zu Sucker Punch bekommen. Die ganz normale gleiche Blu-ray Version ohne die Tonprobleme. Kommt in diesen wirklich sehr dünnen Blu-ray Case. Habe ich eigentlich nur bei DVD-Sellen gesehen, dass das diese Slim-Editions sind. Ja, freue ich mich, wenn ich den Film endlich sehen kann. Und dabei war dann noch, das sieht man wahrscheinlich gar nicht, der Zettel von Warner Home Video. Steht dann drauf, sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit dieser Sendung erhalten Sie heute zu Ihrer Blu-ray 2-Disk Edition von Sucker Punch Extended Cut die Blu-ray-Austausch-Disk des Extended Cuts in einer verbesserten Tonqualität. Ja, wollen wir es echt mal hoffen. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie nochmals um Entschuldigung und wünschen Ihnen noch viel Freude mit Sucker Punch Extended Cut auf Blu-ray-Disk. Ihr Kundenserviceteam von Warner Home Video Germany. Ja, freut mich. Ging jetzt relativ schnell. Ich glaube anderthalb Wochen oder zwei. Dabei gab es ja noch diesen 5 Euro Gutschein von Amazon. Ja, heute schon mal kurz erwähnt und gesagt haben. Ja, das war's auch schon. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.